was geht ab meine echten herzlich willkommen zu einer neuen folge cameos botschaft es ist ein bisschen länger her dass ich eine botschaft raus gehauen habe aber deswegen ist das thema was wir heute behandeln werden umso wichtiger und zwar reden wir heute über neid ich glaube jeder von euch kennt neid manche kennen das als erfahrung manche vielleicht auch als gefühl ich war überrascht unter der falsche freunde botschaft glaube ich habe jemand geschrieben dass er selbst sehr neidisch ist und da habe ich mir persönlich auch gedacht das ist ein gefühl was mir eigentlich persönlich sehr fremd ist ich war nie so der mensch der durch die gegend gerannt ist und neidisch auf andere war das ist irgendwie ein gefühl was mir charakterlich sehr sehr fremd ist ich bin sicher dass ich natürlich in meinem charakter andere schlechte eigenschaften habe aber das gefühl von neid wie gesagt mir relativ fremd außer sage ich mal es geht jetzt um so sachen wie irgendjemand fährt ein dickes auto man denkt sich auch möchte ich auch gerne haben aber ich persönlich habe da nie jemandem irgendwie was schlechtes gewünscht oder so aber ich kriege es immer wieder mit in meinem alltäglichen leben besonders jetzt auch irgendwo als person des öffentlichen lebens möchte ich mal sagen ja fast 100.000 follower an dieser stelle vielen dank vielen dank vielen dank von ganzem herzen an euch ja wie auch das thema neid sich so seinen weg in mein leben sucht ich habe früher auch schon ein tattoo studio als ich erfolgreich war natürlich irgendwo das gefühl neid auch kennengelernt beispiel als ich da von dortmund hierhin gezogen bin nach altena um ein studio zu machen hatte ich zwei tage glaube ich mein auto an dem neuen laden stehen und das ganze auto war von oben bis unten zerkratzt ja da fragt man sich warum passiert sowas was ist die intention warum gehen menschen die einen nicht wirklich kennen irgendwo her und versuchen einem das leben schwer zu machen oder einen zu beleidigen oder irgendwas zu zerstören was einem lieb ist oder was einem gehört und wie gesagt solche dinge habe ich viel am eigenen leib erfahren und vor allen dingen naja in letzter zeit auch besonders häufig ich beschwere mich nicht ich glaube man muss auch immer zu dem stehen irgendwo was man macht und was man tut und das tue ich ja ich sitze hier ich mache weiter ich habe gerade einen guten freund gesehen der sich ein paar tage bei instagram angemeldet hatte und ein bisschen was von seinem erfolg den er hat gezeigt hat und nach vier tagen wieder genug hatte weil die leute schon wieder am reden waren der ein oder andere für den ist das nichts und ich wünsche mir auch manchmal muss ich ganz ehrlich sagen dass ich weiß ich nicht irgendwo im grünen stehen würde und um mich herum nichts passieren würde aber ich habe auch manchmal sage ich ganz ehrlich so ein bisschen den drang auch mich zu teilen meine gedanken zu teilen das was ich mache zu teilen meine geschichte zu teilen und das ganze bringt halt dementsprechend diese nebenwirkungen mit sich und ich habe für mich persönlich meistens die stärke das mitzunehmen ich glaube aber dass es da draußen viele leute gibt die damit weniger gut zurecht kommen vielleicht auch im kleineren rahmen ihr müsst euch das so vorstellen sage ich mal bei so einer reichweite wie ich die habe ist das im grunde genommen schon so entweder du schaltest halt komplett ab oder keine ahnung du gehst auch vielleicht daran kaputt ja also wenn ich mich hinsetzen würde und alle kommentare durchlesen würde oder auch auf das irgendwie hören würde was leute so allgemein über mich erzählen was über bego erzählen wie auch immer dass wir arrogant geworden sind dass wir abgehoben sind was wir da nicht schon alles gehört haben und wir persönlich fragen uns immer wieder so wenn wir sind die gleichen menschen so wie kann das sein und viele von euch da draußen glaube ich kämpfen sehr sehr intensiv mit diesen geschichten vielleicht auch sogar in einem anderen rahmen als wir ich weiß viele von meinen kunden zum beispiel auch die normal arbeiten gehen haben allgemein im arbeits- oder kollegenkreis viele leute die irgendwo neidisch sind und deswegen irgendwelche sachen machen irgendwelche gerüchte in die welt setzen versuchen einem wirklich das leben schwer zu machen und ich möchte euch einfach aus meiner erfahrung ein bisschen was mit auf den weg geben was man da vielleicht besser und einfacher machen kann wie man einfacher damit umgehen kann und ja so dass man sich selber nicht so schwer macht und vor allen dingen sich selbst in gedanken nicht so viel da drin verliert und einem vielleicht auch ein bisschen mehr egal ist was andere leute über allen sagen und wie man sich ein bisschen davon abschotten kann grundsätzlich muss man erstmal anfangen zu verstehen was neid überhaupt ist ja wie wie entsteht das überhaupt wir haben irgendwo eine person die irgendwo sitzt und unzufrieden ist mit ihrem eigenen leben und deswegen versucht an jemand anderem was negatives zu finden und dieses negative für sich selber in den vordergrund zu heben um sich selber besser darzustellen als die person ja das ist im grunde genommen so ein bisschen der kern von neid ich glaube das gefühl neid hat ganz ganz viele ausprägungen aber das ist so das was man meistens kennt ihr kennt auch wahrscheinlich selber ich meine man sieht es bei facebook und wie auch immer jeden tag dass leute irgendwo irgendwas posten irgendwas haben leute gehen her und fangen sofort an daran zu zweifeln was denn diese person gemacht hat ja das krasse ist und das habe ich schon bei videos vorher auch gesagt ist was ich immer nicht verstehe ist dieser ganze zeitaufwand ja den leute da rein investieren ihre neidgefühle auch wirklich bis in den exzess irgendwo auszuleben ja ich verstehe das nicht wie leute sich hinsetzen können bei facebook sehen der und der und der hat irgendwie das und das gemacht und fängt an sich dahin zu sitzen und tippt und tippt und beleidigt die person und schreibt irgendwelche schlechten sachen und jeder mensch mit ein bisschen verstand und ein bisschen sage ich mal eigenenergie auch versteht dass die essenz von dem was die person da sagt eigentlich wirklich nur neid ist und ja für die leute da draußen unter euch vielleicht die selbst solche dinge machen und da möchte ich euch warnen ja also wenn ihr selber durch euer leben geht und euch selbst dabei ertappt und da könnt ihr vielleicht ein bisschen an mich denken denkt an mich ihr geht irgendwo hin ihr seht irgendjemand und ihr fangt an zu sagen ach guck mal der und so und so war und so dann überlegt zweimal denkt zweimal nach macht ihr das jetzt wirklich weil ihr diese person kennt und nicht leiden könnt oder macht ihr das weil irgendwas an der person ist oder wie auch immer was euch so ein bisschen triggert aber eigentlich vielleicht den erfolg oder wie auch immer der person ein bisschen darstellt ja wir haben so ein bisschen probleme manchmal als menschen mit reflektion ja es gibt gewisse dinge materielle dinge gerade die von denen wir denken oder manche leute denken dass sie eine person ausmachen ja zum beispiel jemand der ne rolex am arm trägt ja gibt es ganz viele leute die haben ein bestimmtes bild über diese person wenn jemand ferrari fährt auch wenn jemand lkw fährt oder wenn jemand taxi fährt letztens noch mit meinem taxifahrer darüber geredet dann haben die leute immer so ein ganz bestimmtes bild und versuchen dich in eine kategorie zu schieben und gerade bei materiellen dingen ist es meistens so dass diese kategorie immer irgendwo dahin fällt anhand von dem materiellen die person gleich schlecht zu machen und eigentlich ist es meistens so dass die person die anfängt wirklich haltlos und grundlos irgendjemanden den sie nicht kennt schlecht zu machen neid darauf dass irgendjemand etwas hat was ich selbst nicht habe und leute wie gesagt für die unter euch die sich selbst bei sowas ertappen hört auf damit nehmt eure zeit nutzt eure zeit sinnvoll ihr könnt genau das gleiche erreichen was diese person auch erreicht hat wenn ihr anfangt euer potenzial euer leben eure zeit sinnvoll zu nutzen dann könnt ihr das alles auch schaffen aber hört auf euch irgendwo hin zu setzen irgendwo hin zu stellen und nur weil eine person irgendetwas hat was ihr selbst nicht habt was euch ein bisschen anreizt dann schlecht zu machen das bringt überhaupt nichts das ist viel sinnvoller und positiver im leben zu versuchen irgendwas zu machen was dann wirklich auch euch zum erfolg hilft ja es gibt auch viel neid sage ich mal für aufmerksamkeit ja ich glaube groß diskutiertes thema war in den letzten monaten die ganze klima aktivisten geschichte ich will mal von allen theorien und wie auch immer abweichen einfach mal grundsätzlich etwas sagen wenn menschen sich irgendwo hinstellen versuchen irgendetwas zu verbessern oder wie auch immer was uns allen zugutekommen kann egal wie das gesteuert ist und wie auch immer man kann das ganze alles relativieren mit tausenden theorien übergehen wie auch immer ich rede einfach nur davon von einem guten kern wir gehen einfach davon aus jemand hat einen guten kern versucht irgendwas zu machen ich nehme das jetzt nur als beispiel ich will hier keine politische diskussion daraus machen aber stellt sich irgendjemand hin macht irgendwas neues kreiert irgendwas neues kriegt er natürlich sofort in unserer digitalen welt besonders viel viel aufmerksamkeit warum zieht diese person gleichzeitig so viel abneigung auf sich obwohl viele von den menschen die abneigung dann gegen die person haben sich niemals mit der person auseinander gesetzt haben ich will jetzt wirklich nicht diese klimasache als oder ich will mich davor nicht vorstellen okay nur damit ihr das versteht ich nehme das nur als beispiel warum ist erstmal aufmerksamkeit die erzeugt wird nicht für uns ein indiz dafür dass wir uns erstmal hinsetzen und uns mit etwas auseinandersetzen das machen nämlich viele von uns nicht viele von uns sehen eine person die hat aufmerksamkeit bam wir versuchen negative punkte zu finden wir gucken uns die person an oh der hat einen goldzahn ach der hat einen bart er hat ein tattoo im gesicht was ist das denn für einer was ist das denn für einer zack haben wir den fehler gemacht haben der person gar nicht die chance gegeben ihr irgendwo zuzuhören ja und warum ist das so weil das auch eine form von neid ist man ist neidisch darauf dass diese person aufgrund von ihrer vielleicht ein bisschen andersartigkeit oder ihrem mut oder wie auch immer im rampenlicht steht und jeder von uns nicht jeder aber viele würden auch gerne dieses rampenlicht haben und diese öffentlichkeit und man fängt gleich an sich zu vergleichen und denkt sich guck mal warum überhaupt warum finden die leute ihn toll warum sind die leute interessiert an ihm ja das ist wieder die frage was macht man da gerade warum ist das und das und das an ihm falscher vollkommen falscher ansatz man sollte sich fragen was ist an mir was ist an mir was ist an mir interessant was ich nach außen kehren kann was sind meine potenziale was sind meine energien was kann ich aus meinem leben machen und bam man fängt an sich auf sich selber zu konzentrieren und hört auf fehler an dem anderen zu suchen das war jetzt nur wirklich mal so ein beispiel für für so eine geschichte irgendwie wo es um aufmerksamkeit geht auch wieder was was ich selber erlebt habe ja wenn man gerne aufmerksamkeit möchte für das was man tut und das was man macht dann muss man immer selbst die kraft entwickeln man muss die kraft selbst entwickeln man braucht nicht irgendwo hingehen und irgendjemand anschreiben ich habe sowas früher selber gemacht als ich jünger war und gewisse ideen hatte klar ich bin hingegangen habe leuten geschrieben hey könnt ihr mir helfen könnt ihr das und das niemand niemand auf der welt wird dir mit deiner idee helfen du musst alles selber in die hand nehmen ich kann es dir aus eigener erfahrung sagen ich sage es dir aus eigener erfahrung du musst alles hundertprozentig selber machen und erst nach einem gewissen grund erfolg kommen die leute und wollen etwas mit dir zusammen machen aber deine basis idee die musst du selber entwickeln und mach nie im leben den fehler und versuch dir dieses durch neid kaputt zu machen denn der ganze neid wird dir so viel energie und wie auch immer rauben dass du das was du eigentlich vor hast nicht umsetzen kannst oder dass du schon gar nicht dahin gehen kannst die gedanken zu entwickeln etwas eigenes zu kreieren und umzusetzen für diejenigen unter euch die opfer auch von neid werden ja ich habe so gerade mal das ding angesprochen irgendwie mit zerkratztem auto ich glaube ich spreche jetzt vielen leuten die da draußen zuschauen irgendwo aus der seele und viele von euch werden es erlebt haben so auto zerkratzen ist ja wirklich so das typischste meistens passiert sowas aus neid manchmal passiert sowas auch irgendwo wegen beziehungsgeschichten oder so klar irgendjemand der hat sich getrennt zerkratzt das auto oder irgendwas anderes ist vorgefallen aber oftmals ist es einfach auch so dass man sich was gegönnt hat ein schönes auto man freut sich man stellt es irgendwo hin man kommt zurück kratzer so ich bin inzwischen schon so abgehärtet Leute als ich jetzt die neue x-klasse hatte nach zwei Tagen im Parkhaus Alter so ein langer kratzer ich denke schon gar nicht mehr darüber nach ich reg mich doch auch nicht mal auf ich gehe nicht mehr zum Smart Repair ich lasse einfach so aber ja ich glaube viele da draußen denen es vielleicht das erste mal passiert oder so die ärgert es unheimlich und dieser Ärger dieser Ärger ist ja genau das was die anderen Personen da mit uns machen wollen die wollen ja genau das du gehst bei Facebook rein siehst irgendwie ein Video und schreibst deine Meinung dazu bam unter diese Meinung kommen gleich 5 andere Kommentare und du könntest gleich 20 Minuten wieder damit verbringen zu diskutieren und all diese Menschen die anfangen diese kleinen Nadelstiche zu setzen diese kleinen Piekser die erreichen genau das mit uns was sie erreichen wollen und da musst du dich einfach fragen du musst lernen dich selber abzustoppen du musst lernen zu sagen stopp was passiert jetzt gerade warum ist das so ist die Person vielleicht neidisch auf mich auf das was ich mache oder warum auch immer will ich jetzt wirklich dieses Gefühl von der Person auf mich übertragen und diese Wut und das alles mit in meine Welt nehmen in meine Beziehung wie auch immer nein eigentlich nicht ich weiß das ist das schwerste das zu tun ich rede auch gerade so als würde ich das immer schaffen tue ich natürlich nicht aber das ist die Wahrheit und vor allen Dingen das wichtigste was man tun sollte man muss immer überlegen wo kommt der Neid her und was ist der Neid Neid ist eine negative Empfindung ein negativer Vibe willst du diesen Vibe in dein Leben mit reinnehmen nein also fang an zu stoppen wenn Leute Gerüchte verbreiten weil sie irgendwo neidisch sind Gerüchte sind das Schlimmste so wirklich ich hab schon ich hab schon von Sachen gehört manchmal da sind so schlimme Sachen in die Welt gesetzt worden die wirklich auch Leben zerstören können ja wirklich Leben zerstören und grundsätzlich gilt in Deutschland erstmal so die Unschuldsvermutung bis etwas nicht bewiesen ist darf man niemanden verurteilen aber wir lieben es so sehr wenn irgendjemand da oben ist mit einer großen Säge zu kommen und diesen Stuhl anzusägen und wir wollen unbedingt die Person fallen sehen wir wollen unbedingt die Person fallen sehen und das passiert immer mit diesen ganzen Gerüchten und die meisten dieser Gerüchte entstehen immer aus Neid und dann gibt es noch mehr Leute die diesen Topf mit Neid füllen und irgendwann ist der Topf so voll und die hoffen dass die Person von oben nach da unten rein fällt wenn ihr Opfer von solchen Sachen seid müsst ihr natürlich auch immer überlegen wie weit geht das wenn das irgendwelche sag ich mal strafrechtlichen Ausmaße annimmt dann muss man sich auch nicht schämen wenn man irgendwo sag ich mal seine persönlichen Konsequenzen daraus zieht ob man da jetzt selbst irgendwo sag ich mal Partei für sich selbst ergreift hier ist was ich meine oder ob man sich irgendwo anders Hilfe holt das kann jedem selbst überlassen sein aber grundsätzlich sollte man sich von sowas nicht unterkriegen lassen und vor allen Dingen nicht kaputt machen lassen ja egal was Leute über euch sagen ihr müsst euch eins merken ihr selber seid das ich das was ihr seid euer Charakter und das was außen herum ist hat zwar etwas Einfluss auf euch aber nicht mal vielleicht zu 5% denn ihr bestimmt ganz alleine wer ihr seid was ihr seid und was ihr macht selbst wenn Leute kommen und alten Müll von was weiß ich wann ausgraben und den versuchen euch aufs Brot zu schmieren verdammt nochmal das ist Vergangenheit das kann man komplett vergessen das braucht man sich selbst nicht mehr anzulasten deswegen falls ihr wirklich Opfer werdet von solchen Intrigen und sowas versucht euch auf euch selbst zu konzentrieren eure eigene Kraft das was ihr seid auch euer gutes Herz vor Augen zu führen die Dinge die ihr liebt die ihr mögt für wichtig zu halten und in eurem Leben sozusagen als das Wichtige auch rauszustellen und das was Leute aus Neid oder Missgunst oder wie auch immer über euch erzählen vollkommen von euch abprallen zu lassen denn wenn ihr wisst wer ihr seid wenn ihr mit euch im Reinen seid dann könnt ihr das dann ist das ganz einfach ja wenn ihr aber anfangt euch abhängig zu machen von dem was andere sagen von den Neidgefühlen von anderen euch vielleicht auch zu verbiegen dann seid ihr genau in der Falle drin und andere haben das mit euch erreicht was sie mit euch erreichen wollten es gibt so viele Beispiele im Grunde genommen in unserem alltäglichen Leben die irgendwie Neid in sich tragen und wo Neid der grundsätzliche Faktor für das ist was da im Leben schief läuft oder auch in der Gesellschaft schief läuft weil ich glaube so Neid ist eins von den Gefühlen was so vielleicht 30 Prozent würde ich mal sagen von den negativen Gefühlen die man im Alltag erlebt irgendwo ausmacht ja egal ob man durch die Stadt geht ob man sich die Politik anguckt ob man sich erfolgreiche Leute Entertainment wie auch immer anguckt oder die normale Arbeit überall kommt immer wieder dieses Thema Neid auf und meine Konsequenz von diesem Video beziehungsweise das was ich euch sagen möchte ist dass wir alle versuchen in unserem alltäglichen Leben uns selber davor zu warnen wenn wir etwas aus Neid tun dass wir versuchen zu arbeiten an uns selber und auch an den anderen und ihnen versuchen zu verbieten neidisch zu sein wenn wir merken irgendjemand macht etwas mit neidischen Motiven dann sollten wir hingehen und versuchen der Person zu sagen hey lass es sein weil nur so haben wir die Chance auch wirklich sage ich mal unsere Umgebung zu verbessern dass die Menschen mit denen wir umgehen das Klima in dem wir leben das Klima allgemein gesellschaftlich wird immer härter brauche ich euch nichts vormachen ihr wisst es selber aber dagegen mit Neid und Missgunst anzugehen ist der falsche Weg und ich erlebe es in Deutschland jeden Tag und Deutschland ihr wisst es selber ich glaube jeder erfolgreiche Mensch sagt es und da haben sie leider alle recht Deutschland ist eine Neidgesellschaft es ist nun mal leider so andere Gesellschaften sind auch sehr geprägt von Neid aber wenn wir zum Beispiel in die USA gucken das sage ich euch aus meinen Reisen die Menschen sind da anders du fährst mit deiner Harley zur Tanke da kommen 5 Leute raus und sagen geiles Moped da hast du groß gemacht fährst mit deinem Auto und sagen das ist super da hat sich einfach so eine Kultur kultiviert die grundsätzlich mehr gönnt und genau das ist das was wir auch schaffen können nur irgendwo ist es hier in unserer Gesellschaft und wirklich auch in anderen also ich will jetzt nicht Deutschland so schlecht machen aber in anderen Gesellschaften ist das auch ganz ganz groß und manche Leute aus anderen Kulturkreisen werden es sicherlich wissen die können es auch mal drunter schreiben warum es solche Sachen wie kein Auge machen gibt und so weiter und so fort aber ich rede jetzt einfach mal von Deutschland wir selber hätten auch die Chance uns so weit zu kultivieren unseren Geist so weit zu formen dass wir anfangen anderen Leuten etwas zu gönnen ganz einfach man muss nur die Entscheidung treffen sagen nein kein nein ich will gönnen und wir werden mehr so wie vielleicht die Amerikaner die natürlich auch nicht in allem perfekt sind aber in der Hinsicht haben sie uns einiges voraus und das ist auch der Grund warum viele große Entertainer aus Deutschland in die USA auswandern und so weiter und so fort weil sie hier genau so mit dieser Geschichte konfrontiert wurden und einfach sich gedacht haben gut gehe ich dahin habe ich meine Ruhe ja ob das so sinnvoll ist abzuhauen und sich zu denken ach man kann nichts mehr ändern das will ich mal dahin stellen ja ich versuche dieses Video zu machen und vielen von euch zu sagen nein wir müssen nicht unbedingt auswandern um das zu verändern sondern wir können versuchen in unserem kleinen Rahmen immer etwas zu machen und gewisse Menschen davor zu warnen und uns selber damit zu schützen und unsere Gesellschaft grundsätzlich ein bisschen zu verändern damit eben dieses Neidwesen nicht mehr so da ist und das ist im Grunde genommen das was ich euch und allen hier mit dem Video sagen möchte ja es ist nicht angeboren oder es ist kein Charakterzug glaube ich der den Menschen von vornherein innewohnt dass er irgendwo neidisch oder missgünstig ist sondern es ist eine Sache die sich aus dem Klima der Gesellschaft heraus entwickelt und wir selber können alles steuern wir können die Gesellschaft verändern wir müssen es nur machen wir dürfen uns nicht anschließen und ich selber habe es mein Leben lang niemals gemacht ich war glaube ich einer der unangepasstesten Menschen die es so in der Gesellschaft oder auch in meinem Umkreis gibt und deswegen bin ich tausendmal auf die Fresse geflogen aber trotzdem habe ich deswegen nicht unbedingt solche Gefühle wie Neid in mir selber irgendwo für jemand anderen gespürt und da muss jeder von uns auch ein bisschen selbst den Mut zur Individualität zur Unabhängigkeit und zu entwickeln und sich nicht wie ein Schaf der Herde folgen um dann eben die gleichen Gefühle und so weiter und so fort in die Welt zu tragen wie das die anderen Schafe in der Herde machen deswegen Leute für euch alle da draußen wenn ihr Opfer von Neid, Missgunst wie auch immer werdet dann fangt an euch zu wehren aber wehrt euch vernünftig wehrt euch nicht mit Gewalt oder wie auch immer sondern wehrt euch mit eurer eigenen inneren Stärke und versucht euch das Positive in euch selber vor Augen zu führen und das als Kraft mit auf den Weg zu nehmen wenn ihr selber Neidgefühle habt dann hört einfach auf damit es wird euch nichts bringen entwickelt eure eigenen Potenziale geht damit raus und macht etwas Besseres aus eurem Leben und wie gesagt nochmal für die gesamte Gesellschaft und alle da draußen wir haben alle Möglichkeiten alles zu bestimmen heute ist ein Tag, morgen ist ein neuer Tag was heute war ist morgen schon die Vergangenheit wir können alles verändern und wenn wir das zusammen gut und vernünftig machen dann können wir das schaffen das war es an dieser Stelle Leute zum Thema Neid ich wollte in dieser Woche speziell darauf eingehen weil mich das Thema wieder auch sehr beschäftigt ich hatte auch kurz mit Bevo wieder darüber gesprochen und ja Leute ihr wisst Bescheid wir sind immer noch auf dem Weg zu den 100k die sind bald erreicht ich danke euch von ganzem Herzen für den Support abonniert mich bei Facebook folgt mir bei Instagram Max Cameo ihr wisst Bescheid meine echten ihr seid die Besten Max Cameo ich bin draußen lasst es euch gut gehen und vor allen Dingen bleibt sauber Peace